Das ist ja der Geil! Der schaut schon ziemlich cool aus. Nicht nur zum ersten Mal, wer wer ist. Genau. Nein, der ist schon der Fünfte, der ist schon älter zu einer anderen Zeitung gefahren. Neu gibt's das Overlay hier, wir verwenden das Discord, damit man das eben sieht und es gibt auch einen Chat, da kann man mitschreiben. Und ja. Hm, ja. Viel Spaß im Rennen, würde ich sagen, es geht schon quali los. Kannst du den bitte zusammenreißen. Ich habe die Nummer 9, weißt du was das heißt, ich habe 1.500 hier, ich denke. Ja, das heißt, die andere, die höchstens hat, weniger als 1.500 hier. Oh Gott, ey. Wo streamst du überhaupt? Auf Twitch. Auf Twitch? Ja. Also da muss man ja gleich rausfahren, sonst geht's ja nicht raus. Ja, mit der langen Schuhe. Nein, oder? Nein, ein bisschen aus Zeit, aber das geht sich schon aus. Die fahren oben gehen sich schwer aus. Habe ich mir schon gewohnt. Überleg einmal, nachdem du eine 7 Minuten Zeit hast, dass du jetzt 1 Minuten wartest, geht sich schon die zweite runter und fährt nicht raus. Ich habe eh keine Chance da, dass ich schnell bin. Und hoffen, dass die anderen noch langsamer sind als ich. Dann hoffen, dass alle Off-Track fahren. Ja, der Vorteil ist, dass wir am ersten Tag fahren. Wenn du jetzt am ersten Tag eine halbe Stunde übst, dann bist du die anderen schon mindestens einmal eine halbe Stunde voraus. Ahahahahahahaha. Ja, Dominik, zwar zu paren. Da steht jetzt aber der Stream bei mir im Hintergrund, der ist schlimm. Der Stream ist nicht schlimm, der ist super, mach Werbung dafür. Ja, herzlich willkommen übrigens, jetzt haben wir endlich einen Zuschauer. Ah, hallo, Eis, man. Ich weiß nicht, ob ich den Schrauben abgedreht habe, oder nicht? Eis bin unser treuerster Fan. Ja, aber er wird immer doppelt. Achso, für mich geht es wahrscheinlich nicht raus. Zwei Runden. Das ist ein Blödsinn. Willst du jetzt den zuhause fahren, oder? Nein, ich bin schon gestrickt, da geht es ja auch. Weil ich auch 8 Minuten bin. Ich bin schon der Rechtskurve, ey, in 8 Minuten geht es nicht so raus. Oder fahren wir ein paar Betriebe. Ich bin schon der schnell rechts. Ich bin in den Augen, in den Held. Ich bin in den Augen, in den Held. Jetzt ist man auch geraten. Aber sowieso nicht die Reifen kaputt. Mit der Reifen, so ist der halt nicht. Das mache ich auch gerne. Übrigens, wir haben ein Fast Repair in dem Cup. Oh, aber schon oft freig. Schade, das ist die erste Runde, wenn ich noch mal fliehen kann. Wenn du jetzt Tag und Runden Zeit hast, du stehst wirklich im Kliemeshaupt. Da wieder aus der Box startet, glaube ich. Aber ich fahre mit weniger Tank, da geht das ja schnell. Okay, here comes your birth time black. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Ich bin so schlecht bis jetzt. Ich bin schon alle Sekunden lang, sonst nicht die erste Zeit. Ich bin super schnell. Ich war in der Warmergrund 2, 11, 9. So schnell war ich noch nie. Was ist denn da? Nein, Auftrag. Kacke! In der langsamen Kurve. Zwei rausgekommen, wenn du da auf dem zweiten, von schwarz und kerb, kommst bis draußen, gell? Ja, damit ist es ja schon gelaufen für mich. Scheiße! Ehe die einzige Stelle, die man aufdreckt sein kann. Und dann gibt es auch eine Stelle. So wie ich fahre nicht. Die ist ja blöd. Die ist ja blöd. Ja, letzte Kolumbenschwere von einem Tag. Sechs, zwei, drei, 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 drei auf dem Auto. Was soll ich sagen? Meine Runde zahlt nicht. So schnell war ich noch nie wieder in Runde. Das ist meine absolut schnellste Runde und sie zahlt nicht. Nein, zwei, zwölf, eins. Wenn man sauber fährt, ist man schnell. Ich werde früher bremsen und sauber einlenken. Das war ein mittel leg. Ich weiß, dass wir festhundert nicht plötzlich. So, das Ding wird jetzt eingeschaltet. Jetzt haben wir alles orange. Also, das ist deaktiviert, ich weiss nicht, auf meinem eigenen Bild schon mag ich es nicht. Wo ist es? Jetzt habe ich leider viele Fehler gehabt, ich habe jetzt schon die letzte Kurve. Die letzte Kurve habe ich jetzt auch, wenn ich es versuche, weiter aus zu fahren, ist es nie gut. Zwei Zentel verloren, die ganze Rund versemmelt. So gut gewesen. Zwei, elf, fünf. Zwei Zentel in der letzten Kurve, total sind das verloren. So schnell war ich noch nie. Ja, ich habe halt leider eine Sekundenswürde weggeschmissen mit so vieles Draht. Schott, da wäre zwei, elf, drei. Zwei, nein, nein oder so ein bisschen. Da habe ich gesagt, irgendwie auf zwei, nein. Bei mir ist es zwei, elf, drei. Also, das hätte ich geschafft. Ja, achter Startplatz. Ja. Könnte man eigentlich abstellen, gell? Was hab ich jetzt mal gemeint? Hey, du bist ja super, zweiter Startplatz, oder? Ah, dritter. Okay, das passt, oder? Ja, knapp. 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 Der eine sich verliebt, aber das ist ja nicht beschwerend. Ich meine, der Kanal abspeichern, oder was in dem? Ja. 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 Ich fahre lieber vorsichtig, da hinten rauf ich, wenn es so schmied weit geht, so breit ist die Strecken dann da nicht. Eigentlich würd's mir reichen im 9. oder 10., weil das war eine durfeste Friedenstellung. Der Tod lasst dir die Dirty Brains, Leute. Das ist gut, wie die Dirty Brains bleibt. Das ist gut für mich. Das ist in der Box, ja. Das hat schon gekracht. Aber da gibt es eine Fast-Ruppé, verstehe ich nicht? Wenn Windschaden ist, ist die Gruppe zu angst. Ich habe es auch gut gemerkt. Ich habe jetzt einen kompletten Anschluss. Stay on the ride, clear. Dahinter ist schon vorbei. Das ist die letzte Gruppe so aufwärts. Da sind alle drüber ausgefallen. Ah, dahinter fährt schon die Box. Jetzt. Wie geht es das mit dem Sprit genau? Ich glaube auch nicht. Für 30 Minuten sind das. Das geht so nicht aus. Wir schauen, ja. Bei mir sagt er 10 laps remaining. Deiner hinter dir hat es ja schon disconnected. Schöner. Ja, dankbar. 110 km abgeholt. Ja. Sehr genau. Da muss ich wieder so steigen. So. Wie kann das mal? Umstand. So. Ja. 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 Na ja. 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 Ah, der kommt mir so weit aus in der Wiesn-Position rein. Das ist ein Off-Track. Ja, ich fahr grad eine 10er Zeit. Hinter die Herfahren ist leichter. 2, 10, 9 sind mit Abstand meine schnellste Zeit grad. Ich fahr fast nicht nachher. Das sind alles so schnell momentan. Jetzt verlieren wir den Anschluss. Dann fahr ich den 3. Gang, dann fahr ich den 4. Gang sogar. Ups, das ist zu eng. Ich fahr nicht. Ich fahr schon mal. Ich fahr schon mal. Ich fahr nicht. Da haben wir auch nie wieder den Föller. 2.11.0 Im Verhältnis ist es auch nicht ziemlich schnell. Glaubbar. 2.11.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0 Der hinter mir hat so einen riesen Föhn. Mit dem Windschaden. Das Meer ist richtig. Aber wir sind ja nicht abgerissen dahinter. Der kommt auf die Kran. 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 Aber es reicht, dass jeder noch 2 Kran laufen wird. Weil ich mit schon die Formate noch habe. Der kommt zu weit weg. Das wird ja wirklich gut für dich. Und da wird es ja eher schnell als ich. Das komische ist, dass der so spät berengstet kann. Der hat sich jetzt gerade 30 zu berengst. WTF? Es geht doch nicht. Es ist unmöglich in der Kurve. Ja, dann lass ich dich auch noch vorbeigehen. Wenn er zu mir komplett vermisst. Ja, fuck you, weißt. Da war eine Schnee. Nein, jetzt sind wir alle gut. Wir sind doch jetzt immer wirklich gut. Da wird wahrscheinlich die Sauna und so ein Treffen aus. Ah, hätt ich vielleicht überholen können jetzt, wenn er voller gemacht hat. Hätt ich vielleicht überholen können, wenn er voller gemacht hat. Wird jetzt weit weg. Aber passt schon. Dahinter ist es viel schneller, da kommt es richtig näher. Aber der hat vorne jetzt aufhalten. Nein, ich kann dir jetzt jedes Mal auf-tracken. Hinten oder außen. Der Quarty holt richtig viel auf. Der ist schon hinter mir am Windshot. Und wir verlieren auch einen Schuss. Weil der vor mir leider einen Forderpunkt hat. Ja, ein Windshot noch aufhören. Kannst du mir sich kaum ein bisschen schneller fahren? Du rät. Du rät. So, fünf Runden noch, bis der Tank leer ist. Ich weiß nicht, wie viel tanken muss. Du rät. yêu Rät. células. Ich denke, wie ich das so schlussendere. Ich denke, wie ich das so schlussendere. Still there. Still there. Clear on the ride. Ich habe schon einen Hut auf dem. Das heisst, ich habe einen Kuss. Ja. Jetzt habe ich durch den kompletten Anschluss verloren. 12,3. 15 Liter. Park ist 17. Ja. 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 Im dritten Sektor über eine Minute, eine Sekunde verloren. Der Karte ist viel schneller, der kommt dann noch vor zu dem nächsten. Der Karte ist am nächsten hinter dir. Jetzt habe ich mir die Boxen einfach nie angeschaut. Einfach fuhl das rein und dann beim Bergauf halt bremsen. Und dann wo oben die Kuppen ist, kommt dann die Hütchen schon. Geht den Bergauf, da bremst du easy. Geht den Sektor über. Geht den Sektor über. Geht den Sektor über. Geht den Sektor über. Alles mit der Ausung auf die Oberfläche? Geht die mit der Episode Karte erneitert, Willie と jetzt implementieren. Euer hasse pinchiert Abfläche! Geld, was ich aber nicht mit dem Asänden! Geht ihr encontramos! eng würde ich damit mit, dem Erinner豆��. Es hat so früher gebraucht, dass er wieder aufbaut. Wenn der Milliner diskonnect hat. Da ist hinter mir gewesen. Ja, da ist mal einiges Tanzen. Ich versuche gar nicht zu beruhigen. Aber ich weiß, wenn ich jetzt vorhanden darf. Das ist meine Defaults. 3,2. 3,2. 3,2. Ich bin noch nicht über der Linie. Ja, aber es sind sowieso noch mehr Runden, oder? Warte, jetzt war ich unkonzentriert. Zwei Kurvenanlagen haben wir gleich. Sofort eine Sekunde verloren. Halb Sekunden. Leider. Ich komme nicht dazu. Das war auch ein kleiner Fahrrad. Ich fahre dann in die Box. Ich war für 2,9 Runden oder 2,8 Runden der Tank. Und der Tank reicht. Hast du geschaut? Zehn Liter haben wir dann nämlich. Die zwei Runden sind das. Ja. Die zwei Runden sind noch mehr in den Aufmerksamkeit. Ich bin noch nicht für die Runden. 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 Aber ausgeht wird sie sicher nicht, oder? Nein, nein, nein. Das ist aber weird in dem Kampf. Geh weg, mein, du Traumigl! Wie ist das nautweinig, der verandert denn? Aber so langsam verfahren. Geht kaum zu erleben, würde ich nicht mehr machen. Hast du fast Repair, kannst du machen. Ich werde das auch ausstellen. Weiß ich nicht, ob noch irgendetwas passiert. Ja, der kostet mir jetzt schon so viel Zeit und die zwei Arketten, die davor jetzt in die Box geht. Das geht sicher nicht aus, oder? Nein. Man fühlt sich gut an. Davon wird es nicht. Wo ist denn das Boxenlander? Nein, das ist fast schon. Wahrscheinlich meine Kinder erst. Also, das sieht man gar nicht im Balkan. Sie, das sieht so. Nein, das sehe ich gar nicht. Ja, es ist ganz nah. Es war so weit vorgestanden, bis wir an der Stapel sind. Ja, und weil wir so wenig sind. Sicher, dass man nicht Boxen muss? Ja. Wieso soll es keiner an die Boxen? Es sind schon drei viele Leute, ich fahre nicht sehr still. Im ersten Sektor schon 35 Minuten zu fahren. Heute sind wir immer noch ein bisschen still. Dann schauen wir mal einfach nach in der Hussendstelle an. Die Stapel sind immer noch oben gegangen. Ich sehe, dass ihr es mit dem Spät ausgeht, wie für uns gesagt. 16. Nein. Vielen Dank, 17. So, dass es dann ausgeht, wie cool. Jetzt fahre ich es dann auch gleich 14 ab. Kannst du rechnen. Jetzt ja auch nicht. Oh nein, es hat sich gut gestoppt, was du schon. Ja, was du mir schon auch hast. Noch 8 Minuten, das ist nur ein Drittel. Ich weiß nicht, wie viel Tank da war. Ich tank 20 Liter. Am besten nicht, wenn wir erwarten sind. Da reichen 20 Liter aber nicht, gell? Nein. Ich tank 25. Hast du den Tank auch noch was? Eben. Am besten machst du komplett. Ich habe im Tank noch 3 Liter und das reicht für 0,8 Runden. Das heißt, für 3-4 Runden, ok, dann reicht es 20. Ist mir alles genug. Jetzt habe ich halt so viel verloren in der Runde. Ich war richtig schlecht. Nein! Du fährst vorwärts! Ich habe zweimal zurückgefahren müssen. Das hat mehr kostet als das Tanken. Ich bin ein Spezi. Ja, dann verliere ich eine Position. Ah, shit. Das ist der, der gleich reingefahren ist. Der ist knapp hinter mir. Ist dir noch einer im Runde reingefahren? Nein, gar nicht. Der heißt. Ich bin wieder hinter dem Wasser gekommen. Wie warst du das bei? Ein Bildstoffer komplett scheiße. Der kostet 5 Minuten auf den Aufruf. Ich habe viel zu viel Angst. Was? Ich habe 100 Liter eingestellt, oder? Nein. Ich habe zu viel verloren, weil ich bin zweit vorgefahren beim Stehenbleiben. Jetzt bin ich halt wieder hinter dem, wo ich war. 20 Liter bedankt. Das reicht für 6 Runden. Kleine Nummer 3. Was ist das für ein Runde, wie er ist? Nein, ist es nicht. Der ist ja vor mir in die Box gefallen. Haben wir geschaut, der erste. Der ist 5 Sekunden vor mir da. Das waren weniger als 8 Minuten, wo er aus der Box gefallen ist. Und zwar 10 ist die Runde. Jetzt müssen wir uns nochmal versuchen zu konzentrieren. Das hängt wieder ab. Da ist nur ein 0,5 Meter mit anderen. Der war halt schon 6 Sekunden weg. Das war bitter. Das Stehenbleiben merkbar ist, wenn sie es tanken. Bei mir, der Martin ist er. Ja, der wird mich sicher versuchen überholen. Direkt am Kamikaze. Und auch. Ja. 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 Jetzt sind die Nagelfernstelle auf der anderen Seite. Ich mache einen 100-Liter-Tank, so wie der Joschardt ist hinter mir, oder Reifen wechselt. Da war der Prinz wieder ein, der volle Tür hat. Jetzt hat es mir gedacht, er macht Dampum, da ich komme zu meinem ersten Incident. Und ich glaube, das Auto hat sich zerstört. Wenn der Fuhl über die Kerbs drückt. Ich fahre jetzt irgendwie, weil der ist fast Divebomben gegangen. Das ist voll schlecht. Das ist richtig. Sonst wäre es halt noch 10 da. Da habe ich noch einmal zu verdienen. Auf einmal suche ich mich morgen vor. Ja, das sieht 5 Sekunden aus. Ich war auf Martin noch einmal 7 Sekunden durch den Boxen stopfen. Und noch 6 Sekunden hinter dir. Ich bin schlecht eingefahren. Ja, ich kann auch die Boxen einfach. Hättest du auch mal um müssen. Wer weiß, dass du die Boxen stopfen brauchst. Ich will mich nicht abdecken. Wieso, der hat so viel schneller als mit dir. Das gleiche ist beim Kart. Der ist so. Oh ja. Hast du eine Chance? Der Windschrack hat halt... Nein, der Kart war immer schnell. Der hat mich abgekippt. Nein, der war nicht mehr schnell. Sicher, der hat mich überholt. Kann ich jedes Mal innen von 3 Kursen? Ja, halt. Das ist einfach still, echt. Ja, jetzt duscht einmal eine, Alter. Der füllt da an. Ich bin zwar 11er gefahren und der ist zwar 10er gefahren. Mindestens 10er gefahren, oder? Ja, so. Jetzt hab ich mich viel mehr eingezogen. Ja, jetzt fahrt einmal noch einmal ein, Alter! Ja, ich bin kaputt. Dieses Bild, ja. Meiner ist da so gesuchert. Ja, mit dem Industrial jetzt. Wir werden viel aggressiv teilweise, ge? Oh, der macht soller. Ich hätte mir auch das B. Ich kann kein Raum im zu Kaputt fahren. Oh, der warunt auch noch. Ich hätte gleich so runterkonten als Internet. Ja. Ja. Und in der Runde ist es ungefähr 10 Sekunden verloren. Meiner macht so viel Forder. Aber vorher hatte ich mich fast getifet und danach habe ich meine Reifen dreckig, weil ich ausrechnen muss. Ja, ich bin auch hierher gekommen, weil ich meine Autos kaputt machen kann. Ich bin am Blotner, wie er aufhängt. Rechtshinten schaut nicht gut aus, ne? Ja, das ist ja der Record, ganz sicher. Und das ist echt lächelig. Ich habe den 2-Aben-Obsen-Titel angestellt. Kannst du mal den Martin jetzt mitgehen? Letzte Runde, du bleibst ja noch vor mir. Ich habe keine Rechtsfuß. Nein. Da ist der Fahrer vorne getivebompt, sage ich. Ich schieße dich jetzt auch, oder? Ich schieße dich jetzt auch, oder? Ich schieße ihn einfach raus und schieße ihn auch. Das ist zu heiß. Das ist qualifiziert. Ja, ja. Ist er echt displeziert worden? Ja. Der Cordis hat mir ja... Der ist mir 3x reingeklebt. Der Cordis hat mir 12x reingeklebt. Der Cordis hat mir den 2x reingeklebt. Echt die Hostess, Echt die Hostess! Der Schreinsitz. Das fühle mich. Da kann man sich kurz ausziehen. Ich habe dir sehen, dass er es nicht so gut ist. Ich habe es gut gemacht. Schenk doch, du Gott! 14! Nein, was hat er eingekommen? Ich zeig einfach raus. Jetzt, gerade jetzt da, ist er diskriminiert worden. In der letzten Runde ist er diskriminiert worden. Du. Naja, ich weiß schon, aber ich schaue. Ja, ich habe mich einfach cool an. Das ist so einfach cool da. Und da schießt du wie ein zweites Mann an. Das kann ich mir mal anschauen. Ich habe auch ein Incident gehabt. Und das war leider wohl mit der Dive. Ich verstehe nicht, warum der mich viel eingezieht. Warum fahrt der nicht rechts aus? Ich fahre. Aha. Da habe ich mich von der Runde davor, hat er mich gedivebombt. Und dann hat er mich überholt. Ja, Alter, was hat denn der einen Bremsbuch? Und hier bin ich schon verbremst, nämlich. Mein Auto ist nicht mehr ein bissl kaputt. Das ist interessant. Du hast 113, oder was? Du bremsst bei 100er Schulbremster. Du musst bei 300er bremsen bei der Bergab. Boah, da bin ich abgekommen. Da habe ich mein Auto beschädigt am Schluss. Wobei, welche Runde war das? Runde 12? Ah, da. Da ist Leute vom Gas runtergegangen. Vielleicht von der Bremsen runtergegangen. Aber der Bremsen hat er schon zuerst. Ja, aber erst mal 100er. Dann hat er noch einmal rollen lassen. Achso, in die... Das war eh wurscht noch, weißt du? Aber als zweiter war das keine. Ich bin gerade bei der langen Rechtskurve. Oh, der hat sich über jeden Fall eingebremst. Ja, bei der Kurve hat er nicht komplett abgehängt. Da geht er nicht vom Gras. Er fährt an die Schuhe rein. Zwei haben wir das eigentlich gar nicht. Ja, und da hat er... Das Geile ist eigentlich der Schaden, da hat er eine linke Aufhängung. Ja, du musst das Freeplay speichern, damit du es supporten kannst. Ja, aber es ist eine Kritik an dem Team. Das muss ich zu Hause lassen. Aber ich verstehe das nicht. Du bist ein dummer. Das ist echt... Der ist voll aggressiv gefahren. Also wie ich zuerst ja gesagt habe, der hat die Mia schon überholt. Und du bist ja voll eingestoffen. Ich konnte ein, dass du aber den anderen nehmt. Der hat sehr viel Platz lassen. Ja! Der hat mich schon was gemacht. Dafür habe ich bin ich noch 8er geworden. Das war ein schlechtes Passwort. Ich habe immer gedacht, wenn der Dominik wieder vorbeikommt. Das war ein wirklich Moment. Aber der ist ja gar hinter dir ins Ziel gekommen, oder? Der Martina. Ja, weil du 9er bist. Da ist ja der Full-Line, ja. Der Martina ist dann aber wieder zum Spaß mehr abgeraubt, würde ich sagen. Nämlich, wieso er da innen bleibt und fährt da der Full-Line dort in der Kurve. Da hat er die Full rausgeschossen, oder? Nein. Mit der Martina ist der auch eine. Du weißt, was du die Aufhängung hingemacht hast, bei dem Sprung zurückgefahren? Das habe ich mir auch da kaputt gemacht, in der letzten Runde. Weil der hat eben zurückgefahren auf die Strecken bei der anderen Stelle dort. Jetzt habe ich nur noch eine 1,42 Hälfte Reden. Boah, wie er dich da abschießt. Bis zu einem Zeitpunkt, bis der Karte kommt. Ja! Da ist er da vorne reingefahren, links in die Aufhängung, wo du gestanden bist. Ja, genau. Wie viel der Karte gekommen ist. Ich habe... Ich habe 2 X oder so gehabt. Ja, ich weiß. Von einer Runde habe ich 14 gehabt. Ja. Weil er nur 3x berührt hat. Der hat die Full select, ja. Ja, jeder der der Meinung ist, Karte hat ein Ding select, schon die Nutzkanzler. Ja, mich wundert es nicht, dass der Klaas B mit 1,84 noch hat. Der Trautl. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das Video kommt wie immer auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao!